Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, stream ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun-Map und zwar die 111 Plus Level Default Deathrun. Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns natürlich anschauen, wie viele XP das sind, wann es die gibt, ob es die überhaupt gibt, wie schwer die Map ist, wie der Aufbau der Map ist, das Design und und und. Und jetzt warten wir einfach nur noch, dass es losgeht. Map-Code, wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, da lasst mir Kommentare, da schreibt mir Kommentare mit euren Map-Codes. Dann werde ich diese natürlich auch spielen. Der Daumen nach oben zeigt mir natürlich, dass euch das Video gefällt und dass ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. So, da geht's lang. Wo noch? Wo ist denn das? Nein. Nein. Herz ist, okay. Okay, hier starten wir. 45 EP pro Checkpoint. Mal schauen, ob das noch mehr wird oder nicht. Es gibt Musiknoten, die man sammeln kann. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber ich hab's gemacht. Woher wusste ich das? Okay, man kann die Fallen tatsächlich hier einfach chillig umgehen. Kann man sprinten? Sprinten kann man. Hier ist die Falle versteckt. Nein? Cool. Oh Gott. Trotzdem geschafft. Nice. Nein, keine Musiknote. Ach komm, wir spielen sie mal richtig hier. Wir wollen ja nicht so sein. Es gibt fünf Musiknoten. Ich bin bei Level 19. Okay, gut. Alle 25 Level, glaub ich nicht. Aber alle 20 Level müsste eine sein. Wenn man danach geht. Okay, hier kletter ich eiskalt drüber. Das ist so ein Bounce-Dings-Gedöns. Ich bin hängen geblieben an der Kante. Ach komm. Schwierigkeit ist tatsächlich bis gerade eben einfach. Also kann ich mich nicht beschweren. Das war mir irgendwie klar mit der Falle dort. Das ist so ein richtiger, beliebter Spot für Fallen. Keine Musiknote. Okay. Hä? Why? Hä? Hä? Wie soll man das machen? Hä? Willst du mich verarschen? Man kriegt nicht genug Schub. Okay, man muss vorher springen. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Tschüchen. Geht ihr bitte einmal weg. Danke. Hättet ja sein können, dass da was versteckt ist. Nö. Okay. Ähm. Musik-Notes habe ich bis jetzt tatsächlich noch keine einzige gefunden. Und wir sind bei Level Schieß mich tot. Bei Level 33 aktuell. Oh, nein. Okay, baut es cool. War ein Fail. Boah, diese Scheissschuhe nervt. So hart. Okay, hier kann man einmal skippen, wenn man möchte. Braucht man nicht. Ähm, 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 was war das? Ähm, ähm, okay. Level gemeistert. Was ist denn das? Okay, wir haben definitiv ein... Oh, 3600. Warum habe ich die Hand rausgelassen? Warum habe ich die nicht gefunden? Okay, ich muss sagen, XP-Verteilung ist geil bis jetzt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also, es lohnt sich. Naja, aber so sollte man trotzdem nicht spielen. Ähm, hier gibt es nichts Verstecktes. Nö. Nö. Okay, hier ist auch nichts. Hier unten ist nichts Versteckt. die habe ich nicht mal erreicht bitte dann halt so da komme ich aber so hin ich mag diese dinge überhaupt nicht ich mag die einfach nicht man weiß nie wie die kalibriert sind ok hier kletter ich definitiv drüber kann ja auch sein aber es gibt mittlerweile mehr xp pro level vorher waren es 45 jetzt 69 cool so nein um alter warum renne ich da lag ich habe die falle nicht gesehen so lange oben keine falle kommt alles gut das sind eine menge xp die es hier gibt und die gehen runter und zwölf epr eingesaut pro checkpoint weil ah ok ich verstehe so 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 ok 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 jetzt kommt sowas hier wieder geschafft gab es keine musiknote soweit ich gesehen habe hier unten auch nicht ok man hätte drüber laufen können ähm ja ausgetrickst 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 ok momentchen momentchen ähm ok ok hmmm wenn wir das anders machen hier ja und zwar so mal so aber unter mal ab mal Nein, 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 oh, das ist nicht so genau, oh super. Hui. Äh, okay. Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, und das hier auch, und das ist, naja, can you rock around the wall, was, ich spring hier rum, kann man hier langlaufen, lol, man kann da langlaufen. Äh, oh nein, oh, guck mal, ein Herz. Skippen? Warum? Hier gibt es ein Jetpack. Nein, ich war zu schnell und unvorsichtig und wollte es einfach machen. Wir haben schon lange keine Musiknoten mehr gefunden, muss ich sagen. Hä? Hä? Ach, guck mal an. Was war das? Low Gravity. Okay. Guck mal, hier wird doch irgendwo was versteckt sein. Lol, der hat nichts versteckt? Warum gibt es den Level Skipper? Ich verstehe, warum. Oh, ähm. Nein. Oh, die haben mich nicht erledigt. Oh, ich habe es geschafft. Wie habe ich denn das gemacht? Boah, 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 ich bin hängen geblieben. Okay, oh. Na. Nein. Nein. Am Ende. Am Ende. Am Ende. Joker Wir haben es geschafft! Was? Mach ma das halt so! B-B-B-B-B-B-B-B-B-Lonks? Ähm Boah, das ist fies Mhm 17.000 EP Spielzeit Ernsthaft Krank Alter, wo geht's denn hier? Da Nein, das war der falsche Tunnel Das war der Richtige Warte mal, wenn es der war, dann ist es jetzt der da Nein, das war der in der Mitte Ja, aber erst mal ein Stück Kaffee Yo Wo ist denn jetzt los? Uh, klatsch Was ist denn? Hä? Was ist denn hier los? Uh, 20.000 EP Wir sind durch Das ist jetzt erst Okay Wisst ihr was? Bonus Level Gibt leider keine XP Aber ist nicht so schlimm Wir haben mehr als genug XP gerade bekommen auf der Map Also Lohnt sich tatsächlich richtig hart? Was? 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 Was ist denn hier? Was? Was? Bistolen Sagen Bei euch Und Ja Bistolen und da gab es auch noch 4000 ep ist ja geil also ich muss sagen mir hat die map echt spaß gemacht ist nicht zu schwer nicht zu einfach es gibt gut xp auf dieser map kann man nicht bestreiten und ja wenn euch das video und die map gefallen hat zeigt mir gerne mit einem daumen nach oben schreibt mir eure map kurz in die kommentare oder irgendwelche map kurz von einer map die ich mal spielen soll und unterstützt mich auch auf instagram und twitch indem ihr mir da folgt ansonsten hoffe ich wir sehen uns zur nächsten map und ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen tag